Hallo Fußball-Fans, hallo VfB-Fans, ich bin Ralf Burkhardt aus Nürtingen-Neckarhausen und ich begrüße euch in meinem privaten VfB-Stuttgart-Spielertrecher-Museum. Was ihr hier seht, sind 50 Jahre Bundesliga-Geschichte des VfB Stuttgart. Ich sammle die Trikots, die die Spieler vom VfB getragen haben, aus jeder Saison, in jeder Farbe, aus jedem Wettbewerb, mit jeder Farbeaufschrift, in Langarm und Kürzhaum. Mittlerweile haben sich über 700 Trikots zusammengetragen und mir fehlen nur noch 15 Stück, die ich alle habe. Ich lernte den Vorstand vom TB Neckarhausen kennen und bekam dieses Trikot und seitdem fehlen mir noch 14 Trikots. Und das war der Start zu einem gemeinsamen Projekt. Er respuesta mehr 11代 Arme und Sägen. Joe stipendiarzem es wirklich der Strategie des VfB-Stuttgart-Spielertrecher-Mobil voicesけどienen. Untertitelung des ZDF,ASьте-E登 team. Vielen Dank.